Jagerlu, das Musikmagazin und heute habe ich mir Gäste aus einer Stadt eingeladen, aus der meiner Mama herkommt, nämlich aus Leipzig. Guten Tag, I come from the sun. Wie ist es euch denn? Moin. Alles gut? Ja, geht. Bei den Bandnamen musste man natürlich erst mal irgendwie jetzt nachhaken, irgendwie, wieso kommt ihr denn von der Sonne? Da müsstet ihr doch schon längst verglüht sein. Ne, wir haben hier so speziell so eine Paste, da geht das. Thermoschutzanzüge. Genau, die sind hauteng übrigens. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Naja, wir hatten eigentlich immer so keine Idee so richtig, wie wir uns nennen sollen und da hatten wir glaube ich 2011 war das, hatten wir einfach mal einen Auftritt in Leipzig im Flower Power und haben halt einfach das Publikum befragt und da ist das dann halt so rausgekommen, so eines der Vorschläge von einem Kumpel von uns und seitdem heißen wir halt so. Wobei ihr seid ja so halb, so seit 2010 zusammen und dann aber irgendwie seit 2011, du warst der Letzte, Fabian? Ja genau, 2011 bin ich dann dazugekommen als weiter Schlagzeuger quasi. Wie hast du sie denn gefunden? Haben sie irgendwie Kleinanzeigen aufgegeben oder über Facebook oder wie lief das? Ja, gekannt haben wir uns natürlich schon und ich habe in einer anderen Bände gespielt in Leipzig und ja, da habe ich mich dann irgendwann entschlossen auszutreten quasi und da haben die genau jemanden gesucht und da habe ich mal in Flo angerufen und dann ging das so seinen Weg. Von welchem Zeitpunkt aus war denn klar, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen wird? Weil ihr habt ja wohl anfänglich eher so ein bisschen in die Popschiene so ein bisschen im Fahrwasser gefischt und jetzt geht es ja schon ein bisschen rockiger los. Thomas, wann war das so, der Initialzünder? Schwer zu sagen, also Poprock machen wir eigentlich, wie du schon sagst, von Anfang an und es hat sich erst in den letzten Monaten Richtung Alternative Rock entwickelt, also jetzt auch die neuen Sachen, die wir jetzt machen und angefangen haben, ist alles ein bisschen straighter, ein bisschen härter. Im vergangenen Jahr gab es die erste EP, On Earth, ist das richtig? On Earth? Oh, ich bin so toll heute. Wie viele Songs waren drauf und was stand so im Vordergrund bei der Produktion? Vier Songs und auf der Vordergrund der Produktion war die Produktion. Also generell mal was zu haben einfach, wisst du wie? Also... Naja, ich meine, das ist klar, bei Newcomern ist es ja verfehlnismäßig schwierig dann auch wirklich ins Studio zu gehen, die ganzen Kosten aufzubringen und so weiter und so fort. Wie habt ihr das gemanagt? Ja, wir hatten Glück, wir haben bei einem Band Contest mitgemacht und haben das quasi gewonnen, irgendwie drei Tage, vier Tage Studio, ich weiß es nicht mehr genau und haben uns halt hingesetzt und haben halt die Songs dann eingezummert. Welcher von den vielen Bandwettbewerben war das denn? Weil ihr wart ja wohl Emergenzer, ihr seid irgendwie Hard Rock Rising in Hamburg. Komischerweise, wie kommt eine Leipziger Band nach Hamburg beim Hard Rock Rising? Da ist ja Berlin dann schon noch näher dran. Mit dem Auto. Ja, aber macht es dann nicht sicher. In Leipzig ist kein Hard Rock, oder? Ne, da gibt es keinen Hard Rock Café. Ich weiß gar nicht warum. Hamburg, es war einfach so, wir wollten eh mal nach Hamburg wahrscheinlich. Ne, aber die EP, der Band Contest war der 99.3 Midweider Band Contest. Das ist eine Hochschule in Midweider, die ist halt so auf Medienzeug, so. Kommt ein ehemaliger Praktikant von mir auch her. Daher kenne ich das. Tut mir leid. Macht ja auch, macht ja auch gar nichts. Ja, aber Bandwettbewerber, der andere Thomas mal irgendwie, wie viel habt ihr da jetzt schon am Start und wie nutzt ihr die? Also ist es wirklich so, um neue Fans zu generieren oder auch um zu testen, wie kommt ihr live draußen an und so was der Vater oder der Hintergedanken des Ganzen ist? Also das Ding ist halt, also dieses Jahr haben wir eigentlich noch gar keinen Band Contest gespielt. Dann wird Zeit. Ja, ne, weil wir haben letztes Jahr schon, ne Quatsch, 2012 haben wir verstärkt Band Contest gespielt, wie zum Beispiel auch Emagenza, wo wir auch bis ins Weltfinale gekommen sind und dann auf der riesigen Bühne im Taubertal spielen durften, was einfach eine unglaublich geile Erfahrung war. Aber ansonsten dieses Jahr gar nicht, weil wir haben die alle abgegrast und ist halt auch immer so das Ding, mit anderen Bands dann da gegeneinander zu spielen und dann kommt dann immer so irgendwelche, ach, ist doch mal alles nicht so schön Band Contest finden. Also ich sitze ja in der Jury von diversen Band Contesten und da ist das ja, also ich finde das natürlich toll, weil selbst wenn die Bands unterschiedliche Musikrichtungen spielen, du kannst halt schon irgendwie vergleichen irgendwie, wie nehmen sie das Publikum mit, welche Energie strahlen sie aus, sind es Schlaftabletten auf der Bühne, rocken sie sich den Arsch ab, machen sie Spaß, also ich finde das schon irgendwie ganz toll und das ist glaube ich auch lehrreich für eine Band zu sehen irgendwie, wie funktioniert das? Ich glaube, das hat uns schon sehr viel weiter geholfen, die ganzen Band Contests und die haben wir auch gerne gemacht und gerade zu Publikumsakquise ist das natürlich super, weil halt Leute zu einem Konzert kommen, die sonst nicht zu einem Konzert kommen würden. Was halt bloß man irgendwann merkt ab einer gewissen, wie weit man kommt bei Band Contests ist so dieser Konkurrenzkampf so zwischen Musikern, wo man sich eigentlich sagt, okay, Musik ist subjektiv, also man kann ja auch mehrere Sachen gut finden, es gibt hier nicht, das ist scheiße und das ist gut und das ist dann das, was so ein bisschen irritiert, also einen als Musiker so, weil ich kann ja auch eine Band gut finden und die, warum auch nicht und die andere halt auch, weißt du so und das ist halt immer dann manchmal ein bisschen komisch bei Band Contests, also so intern quasi so zwischen den Bands manchmal, aber es ist auch nicht immer so. Aber man sieht irgendwie, seid fleißig unterwegs, jetzt auch gerade aktuell die neue Single rausgekommen, The Only One. Genau. Was ist The Only One für eine Geschichte? Ja, das wüsstest du jetzt wohl gern, hm? Naja, ich würde mal so vermuten, irgendwie eins der Girlies, die vor eurer Bühne stehen, die euch anhimmeln und davon träumen, mit wem auch immer in die Kiste zu gehen. Wer ist denn der größte Womanizer hier in der Band? Warum kommst du mich nicht an? Nein, ich halte gerade hier das Mikro rum. Ja, ich sag mal, wir bedienen alle, wir sind wie die Backstreet Boys, wir haben alle so, wir sind so ganz verschiedene Typen, jeder hat eine. Verstehst du, so ein Typ. Ja, der Blonde fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Ja, da färbt sich bald die Haare. Also er ist bloß nicht auf den Kopf blond. Aber jetzt mal ernsthaft, war meine Geschichte dann so richtig interpretiert oder habe ich vollkommen daneben gelegen? Ne, es ist schon so die Richtung, es geht nicht unbedingt um eine Liebesbeziehung an sich, sondern es ist einfach dieses Gefühl, was man einfach hat, wenn man unten auf der Bühne steht und da oben jemand was singt, man interpretiert das halt sofort auf sich selber. So und stellt sich natürlich dann Sachen vor, die natürlich nicht so sind, wie sie sind. Ja, ich meine, du kennst es ja gerade bei diesen ganzen Popstars, Leuten und so. Ja, da liebt ja keiner eine Person im Publikum und singt jetzt genau für dich. Ich meine, klar, es ist cool, wenn Leute sich damit identifizieren können, aber es gibt dann halt so einen schmalen Grad, wo dann Leute dann halt der Meinung sind, dass es halt doch mehr und im Endeffekt handelt es davon aus der Sichtweise des Fans oder was auch immer. Aber wie entstehen eure Songs? Also sind das schon irgendwie persönliche Geschichten oder guckt ihr, dass ihr halt Themen abgreift, die halt in irgendeiner Form hoffentlich dann funktionieren? Ja gut, Songs entstehen ja. Also meistens ist bei uns die erste Melodie da, also entweder machen wir zu zweit irgendwas, Thomas und ich, und kommen halt mit einer Idee oder wir jammen im Proberaum irgendwie rum. Neuerdings auch mal ohne mich, funktioniert auch super, da bin ich sehr froh drüber. Du musst nur aufpassen, dass wir dich nicht dann irgendwann ersetzen oder ganz rauslassen. Da kann ich früher anfangen zu trinken, ist auch okay. Auch eine Möglichkeit. Ne, und Texte entstehen echt ganz zum Schluss. Also das ist wirklich, ich singe dann am Anfang erstmal irgendwie so ein Kauderwelsch, so fancy English und bei mir ist halt einfach immer wichtig, was für ein Gefühl transportiert der Song an sich. So von der Melodie her, was gibt er wieder und darauf bezieht sich dann halt auch der Text und das sind meistens eigene Erfahrungen oder Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Wie sieht es albumtechnisch aus? Seid ihr da schon in der Mache vor Produktion oder was ist in Planung? Also albumtechnisch haben wir vor, dieses Jahr auf jeden Fall damit noch zu starten. Wenn es klappt, dann Ende Sommer in der Richtung, die Songs sind erstmal da und jetzt müssen wir schauen, wie wir die Realisierung angehen. Aber dieses Jahr könnte man noch vielleicht was hören. Schon Titelfest bislang oder noch nicht? Arbeitstitel, irgendwas? Ne, noch gar nichts. Also wir stecken da noch mitten in der Planung und es sind viele Ideen, die da sind und mal sehen, was draus wird, in welche Richtung sich das entwickelt. Und live-technisch, ihr spielt heute Abend im NHAU, aber wenn das Video hier ausgestrahlt wird, dann ist der NHAU-Gig natürlich schon lang vorbei. Sommer irgendwie, kleinere Festivals oder was habt ihr auf dem Schirm? Also wir spielen jetzt irgendwie beim Insect Lounge Festival und haben im Oktober so eine kleine Club-Tour, kann man eigentlich schon sagen. Ja, es läppert sich halt so dann mit den Auftritten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber man muss natürlich am Ball bleiben, um vorwärts zu kommen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht. Wollen wir noch ein bisschen Musik hier hören aus dem Jahrgade-Studio? I come from the sun aus Leipzig und dann hören wir jetzt gleich mal rein. Bis dann! Auf Wiedersehen!